Moin Moin, willkommen zurück beim Xbox-Front-Twitch-Stream mit Wolfenstein The Old Blood, aka Wolfenstein The Old Shit. Oder auch der unbesiegbare Monsterhund. Ja, ich weiß, welche Pistole ihr meint. Die, mit der man hier die Munition braucht und die ist normalerweise unten rechts hier bei mir, aber warum auch immer, ich hab sie nicht. Nützt mir das wenig. Die hab ich verloren, als ich hier gegen den Siegfried Jäger oder wie auch immer er heißt, gekämpft hab. Ach, renn doch! Oh Gott, Alter, bist du langsam. Und, äh, tja, dann hab ich sie nicht nochmal eingesammelt, aber die gibt's scheinbar auch sonst nirgendwo. Dank für den Follow, ich weiß nicht, wer es war, trotzdem danke. Ja, gut, muss ich das Scheißding wohl besiegen, aber wie denn bitte? Ah, ist das zum Kotzen, ey. Ach ja, wenn ich das Explosionsding hätte, dann würde das mit Sicherheit irgendwie gehen, aber das nützt mir nix, wenn ich die Scheißpistole nicht hab. Und das kann ja nicht der Ernst sein, dass ich das Ding jetzt hier nicht besiegen kann, weil ich irgendwo nicht alles durchsucht hab und die Pistole nicht wieder genommen hab. Du Arschlochhund. Das Problem ist, Granaten brauchen so lange, bis die explodieren, das macht denen Scheiß aus, bis dahin bin ich dreimal kaputt. Oder eher zwanzigmal, also Granaten sind, ich denke, so mit das nützloseste gegen denen hier. Ich hab noch keine Munition dafür, es ist so ätzend. Ich hab wirklich nur die Shotgun. Den Sniper brauch ich ja auch nicht anfangen. Ja, und jetzt schlägt er wieder durch das Hausbezug, das ist so ätzend. Ach, du Kack-Ding. Das Beste ist, oder was bis jetzt so mit am besten funktioniert hat, war hier hinten rumrennen. Das Scheiß-Ding hier. Ach, komm ey. Mann. Das ist beschissen, ey. Warum spiele ich denn in letzter Zeit auch nur so Spiele, die mich regelrecht ankotzen? Diese Kacken hier. Ey, der trifft einen aber auch, wenn er 20 Meter an dir vorbeihüpft. Ja, ach komm, leck mich doch. Arsch! Mann! Ist das ätzend, ey. Der PS4-Controller hält viel aus, wenn man den auf den Boden wirft. Der hier bestimmt nicht. Der wird in 1000 Einzelteile zerspringen. Und der ist kurz davor, seine Bekanntschaft mit dem Jenseits zu machen. Oh Gott, ey, bist du ätzend. Ah, leck mich doch! Mann, lass mich doch rein hier. Bloodborne ist ein Scheiß dagegen. Da hast du wenigstens einen Ansatz, was man da machen kann. Man erkennt irgendwie einen bestimmten Rhythmus beim Gegner. Weiß, wann man mal ausweichen kann. Aber hier kannst du ja nicht ausweichen. Der kann ja nix, der Spacken hier. Guck mal hier, in der Ecke könnte ich vielleicht sicher sein, hä? Probieren. Ah, du Arschloch. Ah, du Arschloch. Wann wird das so funktionieren? Nicht immer wieder in die Ecke hier rein. Ah! Ja, ich habe ja keine Muni mehr. Ach komm, nee, hä? Ihr wollt mich doch verarschen hier. Ja, da liegt die Minigun, aber... Und der bin ich so lahm, da haut er mich nach nicht mal zwei Sekunden um. Wo ich hier wenigstens noch annähernd eine Chance habe, zu entkommen. Mit ihrem Minigun dann nicht mehr. Hier ist das Scheißding. Ja, und jetzt... Ja, hm. O, was ich da nicht mehr schief? O, was ich da nicht mehr schief? Oh, was ich da nicht mehr schief? Okay, oh... ist das ein scheiß ich kann ja auch nicht wieder hier hoch jeder normale mensch würde jetzt gucken dass er abhauen kann ein blowjob blaskowitz lässt sich zeigen lässt es lieber von dem scheiß riesen monster hier schlachten du dummes cheetah schwein wusste ich doch das scheiß ding fällt auseinander zum kotzen wenn hinten die blöde klappe aufgeht mann ist das ätzend dass eine scheiße macht platz look ein video nur mit mini gun ja super das nützt mir alles nichts hier diese scheiße verfickt noch mal luke macht doch was man jetzt muss der hunde noch rumpumpfen hier das hilft gerade gar nicht du bist keine hilfe weder moralisch noch irgendwie anders ich muss den hund mal rausschicken ich muss gleich richtig ausrasten hier und dann macht der hund wieder nur in die hose bislang ist das eine scheiße hier dieses kack spiel super konnte ich wenigstens mal drei treffer landen ohne dass mir irgendwas passiert ist ja die mini gun ist aber scheiße der solar mit dem kack ding bin ich bis dorthin locker tot ich wollte mich doch verarschen was ist das denn für ein was ist das denn für ein hirnrissiger schwachsinn ich schieß 20.000 mal mit der shotgun auf das scheiß ding drauf ich lasse ihn über explodierende autos hüpfen und dann nehme ich die verfickte mini gun und schieß dreimal drauf und da ist das ding tot was ist denn das für eine lobe so ein schwachsinn das kann man doch kein mensch erzählen dass das scheiß mini gun ding hier mit 100 schuss mehr schaden macht als 30 schuss mit der shotgun oder noch eine explosion und noch granaten und noch granaten und was weiß ich nicht alles das ist doch bullshit hoch 10 fickt euch doch alter wie ich sowas hasse wie ich sowas hasse in spielen so sowas unlogisches als so ein schwachsinn so ein quark wie kann denn der jetzt einfach so von so ein paar schuss dann plötzlich sterben das ist doch totaler quatsch ne das hat nichts mit wolfenstein logik oder was auch immer das ist einfach mal inkonsequentes gameplay oder inkonsequente programmierung denn ich muss mit so einer mini gun trotzdem auch auf solche anderen großen 50 mal drauf schießen und die kriege ich aber auch mit anderen waffen kaputt weil waffen normalerweise in spielenden bestimmten schadenswert haben außer scheinbar jetzt gerade hier hier setzt dann sämtliche spiele logik aus dann macht dann halt man nur ist nur die shotgun die scheiß minigun hier hilfreich gegen das monster ok ist so was bescheuertes sowas hirnrissiges habe ich noch nicht erlebt oder lange nicht mehr wo bist du gerade rüber gehüpft du spacken da ist so ein schwachsinn ich reg mich ja ganz gern mal über irgendwelchen kleinen scheiß auf aber das ist hochgradiger blödsinn alter was bist du für ein sniper da oben so ein quatsch ja na klar lag die offensichtlich da logo aber da ich den mehr oder weniger tot gebackt habe oder halt einfach nur die fehler in dem spiel ausgenutzt hat war das jetzt ja vielleicht schon naheliegend dass man das ding nimmt aber trotzdem muss das scheiß ding auch mit anderen waffen zu besiegen sein ja und dann mit der minigun nicht plötzlich so ohne weiteres das waren ja nicht wirklich viele treffer ich habe das ding hat 200 schuss normalerweise es hatte garantiert nicht volle munition jetzt am schluss hatte ich 83 sagen wir mal wenn 80 treffer waren und mit der shotgun hier habe ich ganze magazine auf das scheiß ding drauf gejagt auch nicht mehr alle treffer aber 30 schuss oder 30 treffer waren das locker und durch die kurze entfernung muss doch eine shotgun genauso viel schaden machen wie so eine minigun kann man doch keiner erzählen das ist doch quatsch sowas beknacktes als sowas nervt mich echt an spielen ich habe nichts dagegen dass das hier irgendwelche abgefahrenen monster sind das ist ja cool das passt ja auch gut dazu aber wenn ein spiel innerhalb seiner eigenen spielwelt nicht logisch ist dann nervt mich sowas wie eben jetzt hier dass ich das ding nicht mit normalen waffen kaputt kriegen kann mit den waffen die ich normalerweise ebenso zur verfügung habe sondern dass das spiel mir dann wirklich aufzwingt dass ich hier eine bestimmte waffe nehmen muss es doch beknackt also sowas blödes das nervt ja genauso wie solche barrieren das ist auch so dumme 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 gameplay hindernis entscheidungen von entwicklern immer von wegen wir wollen den spieler dazu zwingen in einem bereich zu bleiben und erstellen mal so holz absperren hin als ob ich da nicht drüber hüpfen könnte oder die umrennen könnte nähe noch schlimmer sind eigentlich nur unsichtbare wände das ist noch bescheuerter könnte ich mich aufregen über so ein scheiß na gut wollen wir hoffen dass es jetzt besser wird das ist wirklich paderborn das dorf hier so was bescheuert ist paderborn nachts ist noch heller tag du nicht panzer brechen ja die hier schon gekommen also das ding hier ist keine normale shotgun würde ich mal sagen und damit habe ich auch schon solche großen gepanzerten viecher platt gemacht jetzt nicht den hund aber es ist nicht wirklich logisch das brauchen wir sie jetzt auch nicht schön reden das ist totaler quark bin ich jetzt irgendwie jetzt habe ich jetzt schon die witscher oder bin ich das falsche spiel jetzt reingeraten ok so wirst du das sein warum hat er so eine blume im haar kollege hier sind übrigens bänke warum schwach und gebrochen sein gesundheitsdragedes freaks großes wurstfest natürlich die deutschen die feiern wurst fest genießen sie die besten würste des landes torustein hygienische verarbeitung wir befolgen alle richtlinien höchstgenau metzgerei aha was fährt das schwein ski auf einem messer abschleppzone parken verboten parken nur für anwohner ja ihr habt einfach die schilder irgendwie random hierhin gehängt oder will ich mal sehen wie hier einer parkt also ein bisschen mehr liebe hatten hatte ich das gefühl hat in dem new order drin gesteckt das wird hier alles so ein bisschen random man hätte ja zumindest einmal bei google maps gucken können wo paderborn ist und man hätte vielleicht auch einmal gucken können wie eine deutsche stadt aussieht oder wie die vielleicht 46 aussah feinste maurer steine und werkzeuge auch am meisten jörg ja mann parken verboten ist zwar kein dirndl das ist ja enttäuschend wie hast du william j blaskowitsch us militär william j j hat mich immer genannt die beurte und sie nennen mich einfach pg das ist wie ein blowjob ja ist klar mann ich schlafe ist jetzt wieder so eine art ob quartier wie bei den jordern ach ja jetzt kann ich wieder so ein retro level zarten sehr schön wie früher interessanter so dass in der deutschen version drin gelassen haben ich glaube wolfenstein 3d ist da immer noch indiziert oder runde futter man die animationen der hammer wie geil die sich auch mitdrehen die sprites herrlich der tisch natürlich auch sehr schön oh mann coole alte zeit geil das damals war über kim und korn kommt man damals auch noch nicht ziel wurscht ich verarschen lecker steak die hk sind auch weg ja das war ja klar dass die weg sind ich glaube indizierung verjährt nicht also das wäre mir neu das damals auch gespielt habe ich jeder von uns gespielt oder ich habe es nie durchgezockt am ende kämpft man ja glaube ich soweit ich weiß gegen so eine art roboter hitler ich fand es damals auch nie so geil ehrlich gesagt da boo danke für ein follow lecker steak und kartoffeln limit erreicht das ist nur ein bursch, ok. Ah, du Penner. Na. Am Boden liegendes Fleisch, naja, guck dich mal, äh, guck dich mal bei, äh, oder wenn du dich noch erinnerst an Castlevania, da hast du irgendwelche Blöcke zerhauen und, scheiße, wenn ich jetzt noch mal reingehe, bin ich tot. Da hast du irgendwelche Blöcke zerhauen und dann, äh, kam dort Fleisch raus. Und das hast du auch gegessen, um dich geheizt zu werden, von daher ist auf dem Boden liegendes Fleisch vielleicht nicht so schlecht. Ach, hier ist schon das Levelende, ok. Hier irgendwie eine Art Map? Ne. Na, mal gucken, wie weit ich komm hier war. Scheiße, das Dumme ist. Ich sehe nicht, wo ich schon war. Doch, hier war ich schon, ok. Ich glaub, die Mucke ist nicht original. Boah. Kann ich die zerballern? Ne. Boah, hier ist doch nochmal ein Leckeres. Ich glaub, nach 20 oder 25 Jahren fallen Spiele automatisch im Index. Ne, hä? Zweifle ich. Die müssen schon per Hand, sag ich mal, runtergenommen werden. Alte Silber. Das ist doch auch bei Filmen. Ich glaub, Texas Chainsaw Massacre ist die ungeschnittene Version immer noch auf dem Index. Also ich glaub nicht, dass das von alleine passiert. Das wär mir wirklich neu. So, hier war ich schon. Äh, der Norddeutsche Zocker, du kannst mich mal, schreib mir mal über Twitch, dann können wir da mal in Ruhe quatschen. Das ist vielleicht einfacher. Also hier eine Nachricht oder so. Hier war ich doch nicht, oder? Das ist doch hier irgendwo noch. Hier war ich doch nicht, oder? Hier am Anfang. Oh, ist das ein Labyrinth, ey. Ah! Du Drecksthöhle. Was ist denn das? Sollte es eine Pfütze sein? Hier bin ich doch gekommen. Ach du weh. Bin ich ganz am Anfang, oder was? Was? Ist der hier drin? Noch eine Pfütze. Da hat er hingepieselt. Mann, oh Mann. Ja, das ist doch General Totenkopf. Oh, ja, ja. Oh ja. mich auch lehnen hier tatsache alter schwede und ja so welche folterkäfige am kerle ist ja nicht mehr heilung immer nur alle kilometer mann fleisch brauchen original bin ich in den leveln hier nie so weit bekommen schon mal ganz interessant wenn auch jetzt nicht so mega spannend hier ist der schlüssel super jetzt muss ich nur noch mal den weg bis zum ende hin finden noch hier ja 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 nein ich weiß gar nicht mehr ob es hier noch mehr Waffen gab als nur die MGM-Pistole. Snake, danke für deinen Follow! Danke dir! Ich will die befreien? Naja, was will ich da befreien, ne? Ich habe keine Ahnung wo ich bin hier Ich war hier offensichtlich noch nicht, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht Oh, hier gibt es aber viele Leckerlis Alles her damit Hm, hier war ich doch schon mal Ja, dann müsste das jetzt hier hinten geradeaus Und dann hier rum glaube ich Doch, hier dran erinnere ich mich Ich glaube hier müsste ich richtig sein Aha! Ah! Scheiße! Ich dachte schon, da wäre es der letzte Ende Ne, da geht es weiter Wow Alter, wie viel Zeug gibt es denn hier? Was zur Hölle? Ey, ich will jetzt nicht sterben, wenn ich jetzt schon mal so weit bin Okay Hm, gucke an! Habe ich das sogar echt durchgekriegt Cool Nice! Und Achievement Flucht-Albtraum Schließen Sie den Albtraum in Kapitel 4 ab Ach, das ist ein Albtraum Ah, okay Nice Indizierung verliert nach 25 Jahren die Wirkung Aha, okay Das wusste ich noch gar nicht Danke für die Infos Soundguy Ich dachte, das würde Ja Ewig laufen Aber gut 25 Jahre ist auch echt Muss ich angucken, was vor 25 Jahren indiziert war Das ist heute mehr oder weniger lächerlich Gut, dann mache ich hier einen kleinen Schnitt Ein paar Sekunden Und dann machen wir weiter Bis gleich